Einschlafen in Tolkiens Welt Guten Abend, schön, dass du da bist. Mach es dir bequem und schließ die Augen. Heute erzähle ich dir zum Einschlafen etwas über den Herrn der Ringe. Der Herr der Ringe ist der berühmteste Roman von J.R.R. Tolkien und gilt als der Klassiker der Fantasy-Literatur. Im englischen Original ist das Werk in drei Bänden in den Jahren 1954 und 1955 herausgekommen. Die erste deutsche Übersetzung wurde von Margaret Carreau angefertigt und in den Jahren 1969 und 1970 ebenfalls in drei Bänden veröffentlicht. Kurze Inhaltsangabe Der Herr der Ringe berichtet davon, wie der Kontinent Mittelerde vom dritten Zeitalter in das vierte übergeht. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Ringe der Macht, besonders der eine Ring, der vom Herrscher Mordos Sauron geschmiedet wurde, welcher den größten Teil seiner eigenen Macht in diesen Ring eingebracht hatte. Saurons Ziel ist es, mit Hilfe des Einen Rings die freien Völker zu unterwerfen und als absoluter Alleinherrscher über Mittelerde zu verfügen. Dementsprechend trägt der Ring eine verborgene Tengwa-Einschrift in der schwarzen Sprache. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Dieser Ring war lange verschollen, da Sauron am Ende des Zweiten Zeitalters besiegt und ihm sein Ring abgenommen wurde. Wie im Roman »Der Hobbit« berichtet wird, fand der Hobbit Bilbo Beutlin den einen Ring. Er wusste über den Ring nur, dass er den Träger unsichtbar macht. Dessen tieferes Geheimnis kannte er aber nicht. In »Der Herr der Ringe« wird erzählt, wie er den einen Ring auf Anraten Gandalfs an seinen Neffen Frodo Beutlin weitergibt. Um Sauron endgültig zu vernichten, muss der Ring vernichtet werden. Das jedoch ist nur möglich, das jedoch ist nur möglich, indem der Ring in das Feuer des Vulkans geworfen wird, indem er geschmiedet wurde, dem Schicksalsberg mitten im Land Mordor. Frodo macht sich zusammen mit acht Gefährten auf, den Ring zu vernichten. »Der Herr der Ringe« erzählt von dieser beschwerlichen Reise und ihrem Ausgang. Die Aufteilung. Tolkien betonte mehrfach, dass »Der Herr der Ringe« keine Trilogie, sondern ein einziger Roman ist, der jedoch aus sechs Büchern besteht. Die Titel der Bücher lauten und der Titel des sechsten Buches »Das Ende des dritten Zeitalters«. Außerdem wird er eingeleitet von einem Prolog und enthält umfangreiche abschließende Anhänge sowie ein Register. Das Werk erschien jedoch auf Wunsch des Verlegers, insbesondere von Rainer Annuin, entgegen dem ausdrücklichen Wunsch des Autors in drei Bänden statt in einem Band. Grund dafür war vor allem der hohe Papierpreis im Nachkriegsengland. Die Titel der drei Bände lauten »Die Gefährten«, bestehend aus dem Prolog und den ersten beiden Büchern, »Die Zwei Türme«, bestehend aus den Büchern »Drei und Vier« und »Die Rückkehr des Königs«, bestehend aus den Büchern fünf und sechs sowie den Anhängen und Registern. Der Titel »Die Zwei Türme« war, wie Tolkien zugab, eine reine Verlegenheitslösung, um die sehr verschiedenen Handlungsstränge der beiden Hälften des Bandes zusammenzufassen. Der Titel ist auch nicht eindeutig. Er könnte sich auf eine der folgenden Kombinationen von Türmen beziehen. Den dritten Band hätte der Autor lieber »Der Ringkrieg« genannt, da die Rückkehr des Königs seiner Meinung nach zu viel über das Ende verrät. Die deutschen Übersetzungen Die erste deutsche Übersetzung wurde von Margarete Caroux »Texte« und Ebba Margareta von Freimann »Gedichte und Lieder« erstellt. Sie erschienen im Klettkotter Verlag 1969-1970. Allerdings folgt in der Taschenbuchausgabe im Anschluss an das sechste Buch im dritten Band nur ein Anhang, nämlich ein Teil der Erzählung von Aragon und Arwen aus dem Anhang A »Analen der Könige und Herrscher«. Vermutlich hatte Tolkien darum gebeten, da ihm dieser Teil mehr am Herzen lag als die restlichen Anhänge. In fast allen Ausgaben dieser Übersetzung fehlte Anhang E über die Aussprache der elbischen Namen und Wörter. Die dort erfolgende Bezugnahme auf die Aussprache des Englischen hielt man wohl dem damaligen deutschen Publikum für nicht zumutbar, da grundlegende Englischkenntnisse in Deutschland damals noch nicht so verbreitet waren wie heute. Dieses Versäumnis wurde erst im Jahr 1979 in einer kartonierten Sonderausgabe beseitigt. In der zweiten deutschen Übersetzung von Wolfgang Krieger aus dem Jahr 2000, ebenfalls im Klettkotter Verlag erschienen, werden die Anhänger in der Taschenbuchversion vollständig in einem Zusatzband ausgegliedert. Allerdings sind diese dafür erstmals vollständig. Die neue Übersetzung versucht stärker als die alte Übersetzung Tolkiens stark wechselnden Sprachstil zwischen den verschiedenen Figuren der Handlung auch im Deutschen wiederzugeben. In der ersten deutschen Übersetzung ist der deutsche Stil durchgehend ziemlich einheitlich, gemäßigt altmodisch. Im Original findet man dagegen Sprachebenen vom ausgesprochenen Bibelstil des 16. Jahrhunderts bis hin zum ländlichen und städtischen, teilweise derben Alltagsenglisch der 1940er Jahre. Krieger versuchte dies im Deutschen zu imitieren, legte aber das Deutsch der 1990er statt der 1940er als sein Endpunktfest. Dennoch wird von den meisten deutschsprachigen Fans die alte Übersetzung bevorzugt, da in ihren Augen dieses Verfahren der neuen Übersetzung an einigen Stellen übertrieben oder sogar schlicht falsch angewandt worden sei. Bekanntestes Beispiel aus Herr für Master in der alten Übersetzung Sams übliche Anrede für Frodo wurde in der neuen Übersetzung Chef ein Wort, das das Verhältnis eines ländlichen Gärtnergesellen zu seiner adeligen Herrschaft nicht gerade gut träfe. Weitere Informationen Die Person, die als der Herr der Ringe bezeichnet wird, ist der Maya Sauron, der dunkle Herrscher. Tolkien wurde im Zusammenhang mit dem Herrn der Ringe oft rassistische Sichtweisen vorgeworfen. Dies wurde von ihm aber stets bestritten. Übrigens dieser Traum wird dir ehrenamtlich geschenkt von der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Wenn dir gefällt, wie du geschlafen hast, werde gleich morgen früh Mitglied.